Die Big Band der bischöflichen Erich-Klausener-Realschule in Herthen trifft sich einmal wöchentlich zur Probe. Ich bin die Lea, ich bin 15 Jahre alt und anfangs habe ich hier Klavier gelernt, bin aber dann umgestiegen auf Trompete, weil mir die Musik gefallen hat, die Melodien und der Klang der Trompete. Ich bin die Nina, ich singe schon seit ich sechs bin und wenn ich dann singe, dann fühle ich auch das Lied immer und ich kann mich da dann auch immer super hineinversetzen und ja, das macht einfach Spaß. Ich bin Manuel, ich bin 16 Jahre alt und spiele Ebers und das macht den ganzen Schulalltag ein bisschen lockerer, man hat sehr viel Spaß dabei, es ist eine lockere Stunde, also man hat da so ein bisschen mehr Freiheiten, möchte man sagen, in dieser Musikstunde und das macht einfach den Tag so ein bisschen entspannter. Musik begeistert den jungen Menschen, Musik schafft einen Ausgleich vom Alltagsstress für den jungen Menschen und schafft andere Verbindungen und Zugänge zu sich, zu seinen Kollegen und zu den Mitmenschen außerhalb, die ihr vielleicht erlebt, wenn er einen Auftritt außerhalb der Schule hat. Also das Besondere dieser Big Band ist, dass Schüler aus Jahrgang 9 und Jahrgang 10 nach der vierjährigen Grundausbildung freiwillig weitermachen und versuchen, das Musikleben in Härten und um den Bund zu gestalten. Musik 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 Musik